So Freunde, es geht weiter mit einer neuen Folge von Raft. Gehst du ein bisschen baden? Sehr gut. Finde ich gut. Steht dir, dass du ein bisschen mal ins Kühle springst, weil die Hitze macht jetzt schon ziemlich zu schaffen, oder? Kein bisschen. Brauchst du irgendwie vielleicht mal ein bisschen Statch? Also diese Palmblätter da? Ja. Nice, danke. Die hab ich gebraucht. Wo hast du so viele her, Junge? Was geht da? Ich sammel die immer. Ich bin ein richtiger Sammler. Messie? Ja, übertrieben ist da Messie. Oh, guck dir das an. Wo soll man das denn platzieren, ey? Was ist das denn? Hä? Boah. Was hast du denn da? Kannst du nicht das Kochding hier wegtun? Kochding? Ja, hier diese... I don't know. Ich glaube nicht. Kannst du dann wenigstens hier noch eine Platte hinbauen? Moment mal, ich muss mal kurz erstmal was futtern und was trinken. Ich bin hier gerade voll am Verdursten, ey. Moment mal. Verdammt. Erstmal wieder ein bisschen für Leben sorgen. So, ich hab jetzt... Ich hab so viel Palmus. Palmus. Palmusblätter. Neue Pflanze. Bretter zufällig. Bretter hab ich... Hier. Kann ich dir geben. Zwei Stück. Das reicht mir sogar schon. Weil... Sehr gut. Trinky, trinky, please. Was blitzen wir da bauen jetzt? Siehst du jetzt. Oh mein Gott. Was ist das denn, Alter? Da kann ich jetzt die Kartoffeln anpflanzen. Was? Da und hier nicht in diesem kleinen Pipi-Ding. Ne, das stand da auch. Man braucht ein großes Gewächshaus. Ich dachte mir, ja okay. Das ist ja wohl groß. Da kommen zwei Fässer. Die dürfen wir auf keinen Fall verpassen, ey. Das eine läuft eh hier rein. Bleibt hängen. So, boah. Viel hab ich bekommen. Wieder rote Beete. Das ist sehr gut. Die können wir gleich nochmal kochen. Sehr gut. Zwei Stück sogar. Da haben wir auf jeden Fall gleich was zu essen. So, ich muss auf jeden Fall trinken. Eigentlich kann... Wenn du trinkst, kannst du direkt auffüllen mit Wasser. Und dann kannst du direkt wieder reinschmeißen. Mach ich ja die ganze Zeit. Damit ich erst mal mal voll habe. Und dann mal ein bisschen Ruhe herrscht. Kannst du hier diese Dinger vielleicht weiter nach rechts aushauen lassen? Also die... Damit die mal so mehr von rechts einsammeln. Was alles hier rechts daneben schwimmt. Moment, Moment, Moment. Wie meinst du das? Kann ich die denn nochmal umändern? Ich weiß nicht. Ne, ich mein jetzt hier diese... Hier vorne meine ich. Hier, das hier. Was ist denn mit dem Fass hier? Hä? Das schwimmt ja irgendwann durch die Gegend. Das Ding hier zum Aufheben. Ob ich das wegtun kann? Ja, ja, genau. Also nicht wegtun, sondern weiter nach rechts. Damit wir mehr von rechts einsammeln können. Ne, ne, kann ich nicht. Ich kann das nicht mehr bewegen. Ne, ich mein jetzt rechts daneben noch eins. Ach so, ja. Ja, dass du mal, keine Ahnung, so eine Linie machst. Sag ich mal. Das müsste gehen. Ich muss nur gucken, was ich dafür brauche. Seil und Bretter, okay. So. Okay. So, jetzt habe ich zwei Stück gebaut eigentlich. Hier, ich kann dir auf jeden Fall... Was kann ich dir geben, ne? So, oder was? Ja, genau, genau. Dann sammelt das mehr ein. Dann können wir hier einfach an der Seite vorbeilaufen und alles einsammeln. Das wäre halt... Ist halt viel praktischer, ne? Wenn das viel breiter ist, sag ich mal. Dann müssen wir aber... Ja, da hätten wir das Ding auch hier... Bar. Ja, das kannst du bestimmt weghauen. Muss bestimmt gehen. Kann ja nicht sein, dass du nichts kaputt machen kannst. Was ist das denn? Du kannst... Ah, was kannst du denn hier alles bauen? Treppen. Ja, ja. Kann man das nicht kaputt hauen? Ne. Guck mal. Ich versuch grad mal. Repair. Oh, ich muss das denn... Floor, Wall. Stairs, Pillar. Foundation. Irgendwie muss das doch kaputt gehen, ne? Kann doch nicht sein. Der Pillar macht hier wieder das Ding kaputt, der... Ey. Ich seh ihn, ich seh ihn. Das Trinkding ist bei mir... Äh, das Kochding ist bei mir weg. Ja, stimmt. Bei mir auch. Fuck. Das ist jetzt bitter. Ja, das zerstört, der Hund. Kann man den... Ich bin noch verhungern. Kann man das nicht schnell aufbauen wieder hier? Ja, wir müssen ein neues bauen, ne? Das ist Mist, ne? Äh, wo ist das hier? Cooking Station. Oh, ich brauch... Ich brauch Seile. Moment. Ich muss noch ein paar Seile erstmal machen. Ich will erstmal Foundation aufbauen, damit wir hier wieder die Platte haben. Zehn Seile. Zeilen Bretter, komm zurück. Ne, springt ans Wasser, geil. Schade. What is los? Ich kann die Sachen irgendwie nicht einsammeln. Was ist denn hier los? Ich schon. Boah, wie viel das ist. Zack. Ich schwirr mal ein bisschen raus. Damit wir auch mal ein bisschen klarkommen hier auf der Welt. Ich baue das Ding auf. Ich hab genug Sachen. Für unsere kleinen Pipi-Insel. Aber kann man den Hai nicht irgendwie verscheuchen oder so? Damit man den irgendwie... Ja, klar in den Griff bekommt. Und hier ist jetzt Kartoffeln gepflanzt oder was? Naja, der Baum wächst ja vor sich hin. Keine Ahnung, was das war. Ich muss noch ein paar Fische fangen. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen fangen. Sonst bin ich gleich auch verhungert. Ich bin schon am Verhungern. Mist. Na, ich kann hier einen Fisch da drauf tun. Warte. Ich hab da schon irgendwas draufgelegt. Jungs, keine Ahnung, sowas rote ist halt. Das war droht eine Beete. Ja, das kann es sein. So, komm schon Fisch. Sehr gut. Zwei Fische habe ich. Sehr gut. Sehr nice, wird dunkel. Der Typ verhungert. Aber mir geht's noch. Komm schon. Oh, oh. So, Trinky, Trinky, Trinky. Was kommt denn da alles? Och, joa, da kommen ein paar Sachen. Kannst du vielleicht das hier links noch ein bisschen weiter ausbauen? Ich muss futtern. Ich hab immer noch nicht genug. Hast du noch was? Ich hab hier Bretter noch 20. Dann kann ich dir geben Seile, wenn du brauchst. 10. Ne, ich brauch was zu futtern. Ach so, ja. Ich kann nur auf dem Grill tun. Aber da ist ja was. Hier. Ich hab jetzt was auf dem Grill getan. Aber ich glaub, das ging vorhin schon nicht, ne? Ja, sonst nehmt. Aber du meinst hier auch nach links ausbauen? Ja, genau. Ja, wenn es nicht geht, dann nehm ich den Fisch und lege ihn dir dann auf den Boden oder was weiß ich was. Ja, das wäre nett. Ich hab nix mehr, Kollege. Ich hab nix. Das ist ja kein Thema. Müssen wir noch ein bisschen warten, bis der auf jeden Fall gefangen ist. Äh, gefangen ist. Weil ich grad einen Fisch fangen wollte. Nachts gehen wir ein wenig angeln. Und ich hab einen nächsten Fisch. So, dauert aber noch ein bisschen. Komm, ich muss Trinky, Trinky. Oh, ich hab auch einen Fisch. So, kochen. Nice. Boah, Junge, diese Dinger sind richtig genial, was das alles auffängt hier. Ja, das ist gut. Da kann das ziemlich breit machen. Dann hat man auf jeden Fall gut... Und wenn wir das davor machen, dann müssen wir auch davor machen, ne, theoretischerweise. Alles vorne zu, genau. Und wenn das... Weil von da ist ja die Strömung. Das heißt, das fließt dann alles hier rein. Macht natürlich dann Sinn, dass das so reinkommt. Nice. Ich geh mal hier ein bisschen baden im Dunkeln. Ist ziemlich gruselig eigentlich so im Dunkeln. Ja. Mal baden zu gehen, ey. Besonders, weil man den Hai nicht wirklich sieht. Also ich seh gar nix. Im Moment seh ich den Hai gar nicht. Oh nein, ein Fass, Junge. Nice, ich hab's. Sehr gut. Zweimal rote Beete. Ein bisschen Metall und ein bisschen... Hast du jetzt das Futter hier? Ja, ja, ich hab hier. Hast du? Okay. Kann ich das selber essen. Kann ich direkt den nächsten Fisch draufballern. Ja, wollte ich auch grad machen. Okay, nochmal schnell. Man ist echt ziemlich viel beschäftigt mit Überleben eigentlich, ne? Eben. Dass man hier nicht verdurstelt oder verhungert. Und der Hai macht ab und zu auch noch ein paar Sachen kaputt. Ich mein, zum Glück ist er nicht so ein großer Grobian. Ja, noch nicht. Noch nicht, ja. Mal gucken. Vielleicht können wir den irgendwie töten. Ich weiß es nicht. Wäre ganz cool. Ah, wir brauchen mehr... Wir brauchen eine größere Krugstation. Guck mal, ich fang jetzt hier mal grad mal fünf, sechs Fische hintereinander. Komm, komm, komm. Na komm, Fischlein. So, fünf Fische hab ich jetzt. Gut. So, trinken hab ich jetzt erstmal voll. Das ist gut. Es ist so dunkel, ey. Man sieht gar nichts. Was können wir denn noch bauen? Also, wir können einen Tisch bauen. Looks nice next to a chair. Aha, sehr schlau. So, eines... Nochmal eine Lampe können wir bauen. Ein paar Nägel. I use... Wenn wir craften, brauchen wir Nägel. Okay. Ansonsten haben wir hier... Croplot. A place to plant your seeds. Und das ist hier... The gross has enough space to contain one type of tree. Da kommt ein Baum rein, Junge. Da kommt keine... Keine... Hä? Wie kommt es darauf, dass da... Hä? Das sind Kokosnüsse. What the fuck? Wie Kokosnüsse? Wachsen hier. Keine Ahnung. Bei mir ist gar kein Baum da drin. Hä? Bei mir ist ein Baum mit Kokosnüssen da. Ja, dann pflück die mal. Bei mir ist auf jeden Fall gar nichts. Das Spiel ist nichts... Übertrieben unsynchrone. Ich kann nichts pflücken. Das ist das Problem. Zack. So. Oh, ich hab wieder so viele Sachen. Das gibt's gar nicht. Blätter wären gut. Blätter kann ich dir geben. Kein Problem. Der High macht hier wieder alles kaputt. Oh nein. Der macht schon wieder das Ding hier kaputt an der Seite. Wir müssen die Cookstation mehr in der Mitte machen. Damit der erstmal nicht... Der macht immer am Außen. Hab ich gemerkt. Der Hund, ey. Verdammt, ey. Wir müssen das irgendwie echt an der Seite machen. Alles andere macht gar keinen Sinn. So, ich hab die schon fertig. Ich platziere die mal eben. Scheiße. Hier musst du die Kartoffeln bauen. Hier ist ein Baum drin. Wir tun das mal. Ah, hier so hin. Du kannst ja auch hier, keine Ahnung, noch ein paar Holzbretter hinklatschen. Wird natürlich auch gehen. Guck mal, oder mach ich mal eben. Ja, drumherum dann. Weil dann kann man die hier, keine Ahnung, hier so hinstellen. Dann dauert das nicht so... Ja. Das ist nicht so schnell mit dem Zerstören halt. Ja, weil der zerstört natürlich immer außen. Haben wir ja so dementsprechend gute Chancen noch. So, es wird zum Glück wieder hell. Das ist immer so wie... Ach, da hab ich immer so ein schönes Gefühl, wenn es auf einmal hell ist. Wenn die Sonne scheint, dann scheint auch mein Gesicht wirklich. Ich freu mich dann immer. Hast du Blätter? Ja, warte. Ich komm jetzt gleich an Bord. Ach, ich dachte schon Baumstamm im Wasser. Aber das bist du, ey. Ja, ich seh ja auch aus wie ein Baumstamm. Das ist ja das Problem. So, Blätter. Hier hast du Blätter. Boah. Ich hab total viel Schrott irgendwie. Ich überleg grad, was wir noch dadurch machen können. Wir können hier eine Truhe bauen. Ah, ich brauch noch ein bisschen Bretter. Verdammt, warte mal. Dafür brauch ich ein paar Bretter mehr. Dann kann ich auf jeden Fall mal eine Truhe bauen. Da ist noch Metall, oder was ist das? Ja, Metallschrott. So, hier musst du die Kartoffeln anpflanzen. In diesem kleinen Ding. Ich hab ja keine Kartoffeln, Mann. Wär cool, wenn jetzt demnächst mal nochmal ein Fass vorbeikomme, oder? Klar. Fass war jetzt schon da vorne. Kommt ein Fass, ich seh's schon. Weil da sind ja auch diese ganzen Dinger drin, die man anpflanzen kann. Ja, sonst gar nicht. Klar, macht ja auch Sinn, ne? Die werden ja jetzt nicht einfach so angeschwemmt, die Kartoffeln. Oh Mann, ich mag das nicht, wenn man nicht so schnell schwimmen kann. Da fühl ich mich irgendwie ein bisschen unwohl. So, da vorne, nimm das Fass rechts, da. Ich nehm das linke. Dann haben wir erstmal hier Ruhe. So, ich habe Palm Seed. Wird schon wie nach Palm... Ja, das sind die Dinger, die ich da auch gepflanzt hab. Diese Palmen-Dinger. Die hab ich jetzt auch hier gepflanzt nochmal rein. Aber keine Ahnung, ob da was passiert. So, eine Angel. Klar, die hab ich drin. Das können wir ja auch mal kochen. Trinken brauche ich auch. Ich vergesse immer zu trinken nebenbei. Das sehe ich dann immer erst, wenn es schon zu spät ist fast. Ne, bei mir ist fast alles voll. Beide. Ich brauche auf jeden Fall Futter gleich mal voll machen. Zack, 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 zack. Schwimmen macht Spaß. Beide, wenn der Hai kommt, ne? Doch, der Hai ist ganz weit weg. So, was können wir machen? Wir können noch mal ein paar Seile machen. Damit ich erstmal 80... Ich habe jetzt acht Seile. Am besten... Wir brauchen mehr Holz, ey. Viel mehr Holz. Ich habe ohne Ende Holz, Kollege. Ja, dann bau mal hier das Ding weiter hier. Das Gerät hier, hätte ich schon fast gesagt. Unsere Plattform. Hier einmal rum. Um die Pflanze hier. Um den Baum. Guck mal, da wächst ein kleiner Baum jetzt bei mir. What the fuck? Das Problem ist, ich habe keine Seile, Mann. Ja, das Seile kann ich dir geben. Hier, hinter dir. So. Sehr gut, sehr gut. Ich habe total viel Schrott. So, das ist schon mal gut. Wäre am besten, wenn wir nochmal hier so eine Schicht machen könnten. Und dann können wir... Oh, hier so weiter. Ja, genau. Sehr gut, sehr gut. Sieht gut aus. Und dann könntest du vielleicht nochmal diese Dinger verlängern, damit wir mehr einsammeln können. Klar. Und dann könnten wir doch hier so Treppen hochbauen, wo wir uns dann so einen Hochsitz machen. Ja, wir können ja zweiten Stock bauen. Können wir natürlich auch machen. Oh! Das Wasser gefallen hat. Zack. Erstmal was futtern. Können wir denn gemeinsam irgendwas drauf tun auf das Kochding? Ja, anscheinend ja nicht. Das finde ich auch ein bisschen blöd. Aber am Wasserkochen können wir schon gemeinsam machen, ne? Ja, das... Ne, ich sehe deins da auch nicht. Ach so. Aber ich kann das für mich dann machen. Ja, ja. Wir kochen zwar jeder für sich, aber halt irgendwie, ne? Ach so. Okay. Das wird irgendwie ganz komisch gemacht. Das ist richtig strange. Oh, der Heide... Der Heide, der chillt da rum. Ey, ich fimm hier richtig geil rum. Richtig chillig. So. Ich bin mal gespannt, was die Pflanze hier kann und macht. Okay, meine Gute. Dann nochmal ein bisschen was anpflanzen. Ist das so breit genug? Ist das ein riesiges Floß schon? Guck dir das an. Ja, ja. Das ist schon okay so. Das sieht gut aus. Das müsst ihr nur hier vorne. Guck mal hier. Strikers. Am besten, dass du hier vorne nochmal diese Auffänger machst. Da fehlen noch zwei Dinger, sag ich mal, ne? Ja, hatte ich gerade vor. Und dann haben wir schon mal eine gute Basis, die wir hier auf jeden Fall schön weiterbauen können. So, wo soll denn die Treppe hin am besten? Ja, da wo Platz ist, jetzt gesagt. Treppe, so. So, ich kann die hier hin bauen. Ich muss ein bisschen angeln im Moment. Ach, der Hai kommt und zerstört wieder die Plattform. Guck dir das an, das gibt's nicht. Was für ein Hund ist das denn? Guck mal hier, können wir schon mal hochlaufen. Hehe. So, meine Gute. Sehr gut. Diese roten Rüben, die bringen auch ein bisschen was zu trinken, habe ich das Gefühl. Was? Hä? Achso, kochen muss ich das. So, hier. Dinger fangen auch nichts auf, ey. Fässer, wo seid ihr? Wir brauchen Fässer. Keine Fässer weit und breit zu sehen. Schade eigentlich. So, dann können wir hier auf jeden Fall 2. Stock wegbauen. Aber dann müssen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge fortsetzen, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls ihr irgendwelche Tipps habt, dürft ihr die gerne natürlich in die Kommentare schreiben. Ansonsten würden wir uns wahrscheinlich beide über eine positive Bewertung freuen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal bei... REFT! ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk